Ganz traurig, weil sie Hunger haben. Eine sehr kleine Garzelle. Ja. Aber die haben schon viel gegessen, die Löwen, die beiden. Ein bisschen, ganz ein bisschen. Aber die haben es ja erlegt. Hinten ist noch eine Garzelle. Oh, ganz viele Garzelle. Oh, oh, die hat weggenommen. Die geht weg. Ich dachte, der Löwe ist immer kräftiger als die jene. Oh, besser geht gar nicht. Das war ja unglaublich. Das war jetzt wie im Fernsehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Unglaublich. Stopp, das kann ich nicht. Sehr schlimm von einem Gepard. Jetzt streichen sich die beiden. Jetzt streichen sich die beiden. Mensch, haben gejagt und dürfen nicht fressen. Sie hatten den Mund voll mit Blut. Hast du gesehen? Ja, habe ich. Sie müssen weg. Sie müssen weg? Ja. Warum? Zu finden andere. Weil sie können nicht mit Hyänen kämpfen. Ziehen Stärke? Ja. Ja. Ja.